Nein, du hattest gesagt, nein, ich will noch nicht aufsteigen. Ja, so richtig glücklich sieht wohl anders aus oder besser gesagt hört sich anders an. Die gute Narumunai am Nervenzusammenbruch, aber scheinbar hat beim Kult-Ehepaar der Sendung Bauersuchfrau dann doch der Mann das sagen. Ich lass mal lieber. Aber du hast doch einen tollen Mann neben dir. Ja, aber trotzdem. Er kann mich nicht helfen. Er kann mich nicht stützen mit meiner Gesundheit. Wie Josef Narumun dann überzeugt hat, wissen wir nicht, aber die Bilder beweisen es. Sie hat den Höllenritt aus 25 Metern Höhe angetreten und sich auf der 90-sekündigen Fahrt wagemutig in die Tiefe gestürzt. Schwingen aber schön, so wie die Gondeln, aber ganz kurz ist nicht schlimm. Beim Rauffahren hat sie zwar die Augen zugemacht, aber beim Runterfahren hat sie geschaut und hat geschaukelt. Und es war wirklich toll mit ihr und es war wirklich ein schönes Erlebnis. Toll, sehr toll. Und was gibt es für so viel Mut? Klar, Josef, guter Mann. Sie hat es geschafft. Die ängstliche Nahrung wohl hat die wilde Hilde also bezwungen. Jetzt können andere wagemutige Folgen. Freigegeben ist die waghaltige Fahrt übrigens ab sechs Jahren. Also, auf die Wegekaszinier Gaber. Untertitelung des ZDF, 2020